so muss ich jetzt noch mal den boss machen ich könnte eigentlich auch das andere safe laden naja ist egal ich muss erstmal gucken wie das alles wieder ging ich habe nämlich die steuerung völlig vergessen so das war rennen das war menü ok das war schießen alles klar weiß ich bescheid so na gut denke mal falsche taste tschuldigung so gehen wir noch mal hier runter und also vielleicht mal runter gehen sie hängt wieder an diesem wunderbaren lutschapparat da hinten alles wunderbar sehr schön das hört man gerne gucken wir mal ist immer wieder ein bild für die gürtel ich weiß nicht was das für eine apparatur ist aber offensichtlich hat sie spaß da war der sound gerade alles andere als geil das hat ganz schön gerauscht noch mal eins ja bei der stelle habe ich aufgehört nein habe ich nicht ich habe den typen ja hier umgelegt gehabt aber das safe game gleich nicht hauen oder komischer typ nein ich hatte den boss hier schon gelegt das problem war danach muss man eine bombe oder mehrere entschärfen und ich habe nicht alle gefunden und deswegen hatte ich gedacht die cutscene die nach diesem kampf kommt gibt mir noch mal mehr aufschluss darüber wo wir als nächstes hin müssen komm da her du plumpmann zu große klasse klappe gehabt meine güte so rein mit ihr in der strom gewinnen so tüges geschichte da ist ja gut nun stirbt doch leise mensch oder schneller je nachdem was einfacher für dich ist so da liegt er nur am boden mal gucken da noch irgendwas wie könnte ich noch mal die waffe weg 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 tun ach so holster kann ich mit l1 so schnell umdrehen stimmt das hatte ich vergessen danke für den hinweis das vergesse ich immer im eifel eifer des gefechts im eifel einmal hat er gerade was geblinkert nein okay ich bin jetzt irgendwie noch überblatt geschädigt weil ich jetzt immer auf blinkende sachen achte ich glaube ich habe jetzt mein problem gerade gesehen warte mal warte mal ich glaube ich habe das problem jetzt gesehen was ich beim letzten mal hatte hallo ich habe ihnen einen guten abend ich glaube ich habe das problem jetzt gesehen gibt mir eine sekunde das muss ich ausprobieren beziehungsweise muss ich evaluieren ob dem wirklich so ist ach das ding steht immer am weg hier ich habe da so ein gefühl dass das ja wir gucken mal hier direkt knarre mal raus so hier ist er ja okay so die haben wir entschärft den lasse ich mal in ruhe einfach aus gründen so und hier ist jetzt noch eine zweite tür ich habe die die ganze zeit nicht gesehen ich habe da nicht ich habe immer gedacht dass das im prinzip der die der blickwinkel den man da so sieht dass das ein und derselbe beziehungsweise dass dieselbe tür ist nur aus einem anderen blickwinkel das sind aber zwei türen nebeneinander das habe ich beim letzten mal nicht gesehen also da war ich wahrscheinlich schon so dermaßen müde gewesen dass ich das nicht gesehen habe dass das zwei unterschiedliche türen sind deswegen naja kann ja auch mal passieren also haben die den griff auf derselben seite ja guck mal die haben den griff auf derselben seite und deswegen ja das dachtest du auch okay total drauf ne ja das einzige unterschied ist diese gelbe schwarz gelbe band da drauf und dieses rote lämpchen oben also dass der einzige unterschied aber ansonsten wie gesagt ja dieselbe richtung gehend naja okay muss man wissen muss man echt wissen so ich mache auch mal gerade hier ein speicherpunkt diese bombe entschärft haben besser ist das man macht das jetzt hier wieder irgendwas schief läuft so überschreiben ja bitte ich möchte überschreiben dankeschön erledigt das hier oben sieht halt auch aus wie einen schalter das ding da hinten sieht auch aus wie ein schalter was ist offensichtlich kann das sind gerade also das war der typ wahrscheinlich der gejauelt hat ja genau war der typ hat ihn gerade noch gehört wieder rennen hilfe feuerball aber geil gemacht auch wenn es denn ein richtiger ball ist der hinterher rollt benutzen was rein benutzen oder was ach nee die tür heiß ist das spiel nur bei dir so leise kann im allgemeinen sehr leise sein so abschüsse 45 abgefeuerte schüsse 352 trefferquote in prozent 77 abschüsse aus dem hinterhalt zwei gespeicherte spielstände 20 mal gespeichert innerhalb von anderthalb stunden das ist heftig es ist zu leise sagst du dann mache ich es mal einen tacken lauter eigentlich habe ich es auf dem ohren relativ laut warte mal wo ist jetzt wieder lautstärke mixer ich suche den jedes mal bei windows 11 muss das hier nur auf 98% weiß ich nicht geben wir eine sekunde da ist der lautstärke mixer eigentlich dürfte das nicht zu leise sein aber ich rügel es mal ein stückchen höher ich hoffe euch fliegen jetzt nicht die ohren weg gucken wir mal ob das jetzt lauter ist so drücke x um fort zu fahren lade was schon cd2 einlegen ok ich lege mal gerade die cd2 ein gebt mir eine sekunde ich muss die cd aus dem fach holen ja so so cd ist eingelegt so da sind wir wieder ladekringel beziehungsweise lade balken also es kann sein dass dialoge und sowas sehr leise sind dafür ist der rest des spiels eigentlich immer relativ laut dialoge sind bei ps1 spielen immer zu leise immer balken 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 bilder herr Okay, 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 also wenn wir mit Hannah dann wieder rumlaufen, sollen wir aufpassen, dass wir nicht in die Security Guards reinlaufen, weil, oder zu nah an die Security Guards reinlaufen, weil die wohl Waffendetektoren haben. Na, ich bin ja gespannt. Das Spiel springt hin und her, danach muss man Disk 4 oder Disk 1 wieder einlegen. Warum haben jetzt beide nichts an? Die hat sich doch umgezogen, hast du doch gesehen. Die hat sich jetzt partyfein gemacht, sozusagen. So, ich speichere gerade nochmal, auch wenn das gerade eine Minute her ist, aber dann müssen wir diese Cutscene nicht nochmal überspringen und wir müssen nicht nochmal die Disk wechseln. Und außerdem, weil es schöner ist, genau. So, da sagt das. Richtig. Richtig. Weil, ne, so halbnackte Frauen und so. Ist ja jetzt nicht verkehrt, sag ich mal so. So, ne. So, okay, wir machen mal die Tür hier auf. Der sieht ein bisschen aus wie Glass. Kann das sein? Sind wir eigentlich eine Schraut? Oh, sag mal, wie viele sind denn das hier? So, Double Kill. Mehr oder weniger. So, Uzi-Muni. Ja, ja, okay, okay, okay. Ich finde das nach wie vor geil, dass diese Hintergründe so vorgerendert sind. Och, das sieht aber richtig schön aus hier. So richtig weihnachtlich und so. Schick, schick, schick. Mann, 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 Mann. Muss man schon mal sagen, ne? So, äh, wo geht's jetzt hier lang? Jetzt eine Übersichtskarte wäre nicht verkehrt. Oh. Äh, da geh ich mal noch nicht lang. Das klingt mir so, als wenn ich da hin müsste. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Anni, warte mal, von da bin ich doch gekommen. Hä? Ah, hier geht's noch weiter, oder? Hilfe, das ist ja verwirrend. Oh, warte. Da war was. Hier ist doch was. Was ist denn hier? Kann ich hier irgendwas anklicken oder so? Warum geht denn die Kamera hier so nah ran? Einfach damit ich mich mal rumdrehen kann, oder was? Ja. So, ähm. Okay. Äh, einfach nochmal nah. Einfach mal an der Close. Äh, ja. Aber hier ist sonst nix weiter, ne? Sieht nicht so aus. Okay. Ist wahrscheinlich einfach nur, weil man's kann, einfach nochmal den Blickwinkel geändert. Geht's hier hinten noch rum? Nein. Okay. Gut, hier scheint mir aber irgendwie ein Wasserfall oder ähnliches zu sein. Hier läuft auf jeden Fall irgendwo ein Gegner rum. Oh, scheiße. Da hat mich nicht wohl gestorben. So, jetzt muss ich gucken, ob ich den richtigen Knopf drücke. Geht jetzt nicht, oder was? So, warum geht mein Death-Counter jetzt wieder nicht? Oh, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Was ist das jetzt hier, doofes Fenster? Geh mal weg. Was bist denn du? Ah, jetzt hat's. Jetzt hat das geklappt. So, Spielstand laden. Ja, bitte. Ups. Ich glaube, ich sollte mal auf eine andere Waffe wechseln, ne? Äh. Ich nehm mal die Uzi. Ist, glaube ich, bei mehreren Gegnern angebrachter. So, 17 Mal sind wir gestorben. Ich hab, wie gesagt, nochmal zwischen den Streams nachgezählt. Einmal war's mehr. Laufen wir ein bisschen klub, bitte. Oh. Ey. Oh mein Gott. Das ist ja lustig, wie man die, äh, wie die zappeln, wenn man sie abschießt. So, okay. Da hinten war jetzt nichts. Ich lad das Ding nochmal nach. So. Einfach zur Sicherheit. Okay. So. Dann gehen wir wieder hier runter. Ach, Quatsch. Halte Taste. Na. Scheiße. Ah, fuck. Warum hab ich denn aufgehört zu schießen? Ich trottel. Was war das denn jetzt? Oh, Mann. Scheißdreck. Das war's aber nicht geplant. Ich bin aber trotzdem noch sehr erstaunt darüber, wie schnell dieses Spiel lädt. Ach komm, ich nehme mal das Sturmgewehr. Damit gehen die noch besser tot. Na, geh weg. So. Okay, einen haben wir. So. So. Damit gehen die besser tot. Wesentlich besser. Oh, das nehme ich auch nochmal mit. Okay. Und unser vier Meter ist zum Glück noch nicht rot oder gelb oder irgendwas in der Richtung. Es ist noch grün. Das heißt, wir können noch ein bisschen was einstecken. So. Immer ein bisschen Munition sparen. Nicht immer. Hä, hä. Wo kommst du denn hin? Ach so, ich konnte ja mal L1 drücken. Ich vergesse das immer, ey. Ich vergesse das im Eifer des Gefechts immer, dass man... Hä? Hier nochmal schnell rumdrehen kann. Meine Güte, ey. Wie viele kommen denn hier? Junge, Junge, Junge. Ach so. Äh, ja. So. Da ist noch eine. Aha, aha, aha. Da ist nochmal Muni. Ist hier hinten noch irgendwas brauchbares? Nee. Einfach nur so Deko. Gut. Ah, das sieht echt schon klasse aus, ne? Hier mit diesen ganzen Blinkellichtern und alles. Ist schick gemacht. Gefällt schon gut. Oh. Äh. Hier ist doch ein Weg. Ist doch eindeutig ein Weg, ey. So. Äh. Wo kommt denn der her? Respawnen die Gegner? Kann das sein? Hm. Oder der war noch irgendwo. Was ist denn hier jetzt? So. Hä? Äh. Komme ich jetzt hier irgendwo weiter? Scheint nicht so. Hm. Ähm. Ja, gut. Dann. Achso, hier. Klar. Hier ist ja eine Rampe. Natürlich. Wie haben wir da lang? Hä? Noch jemand? Ja. Rattungs, Rattungs. Gegner weg. Ich frage mich gerade, ob man die wirklich erschießen muss. Oder ob das nicht irgendwie auch anders geht. Obwohl wir spielen ja gerade nicht Hanna, ne? Ich schätze mal mit Hanna müssten wir sie nicht umschießen. Na, ich weiß es aber nicht. Na, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ist mir sonst zu heiß. Ich würde sagen, ja, aber nicht unendlich Respawn. Achso, okay. Achso, also die Respawn. Okay, aber nicht unendlich. Okay, okay, okay. Na gut. So, hier. Eine Tür, wie mir scheint. Hör hier Musik. Uah. Wenn wir jetzt nicht die ganze Party aufgewühlt haben gerade, dann weiß ich aber auch nicht. So, was ist denn hier? Ach, das ist eine Wand. Okay. Sind wir jetzt in einem Labyrinth? Das sieht mir aus wie ein Labyrinth. Holy shit. Weicher Platz in der Nähe. Okay. Aber bitte nicht so viel spoilern. Also, ne? Meine Tipps und so sind immer gut. Aber bitte nicht spoilern. Okay, hier geht es offensichtlich auch nicht weiter. Dö. Okay. So. Hier vielleicht. Oh mein Gott, ich hasse Labyrinths. Ist das die Mehrzahl von Labyrintern? Labyrintern? Ich habe keine Ahnung, was ist die Mehrzahl von Labyrinth? Laborenten. Laboratorien. Ne. Quatsch. Was ist das hier? Oh. Oh. Hannah. What's up? Problem. I found the package, but it's on this island surrounded by guards. Take them out. I can't. Yes, you can. Take them out. Ne, Moment. Moment. Moment, Moment, Moment. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen, ja? Bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Gehe ich nochmal kurz zurück. Weil irgendwo muss ja jetzt noch... Günthers. Genau. Mehrzahl von Labor... Äh, Quatsch. Von Labyrinthen sind Günther. Hm. Ich glaube nicht. Was ist das? Ah, ich habe es euch ja gesagt. Ich habe es euch doch gesagt, dass hinter dem Wasser irgendwas ist. Doch so klar, ey. Uah. Sturb. Hm. Irgendwo hier hinten müsste jetzt theoretisch noch irgendwas gewesen sein. Ich gehe jetzt mal da lang. So, was haben wir hier? Hier leuchtet es auf jeden Fall schön. Hm. Hier komme ich nicht weiter. Das sieht so aus, als wäre der Gang noch nicht zu Ende. Aber offensichtlich ist es auch das. Na gut. Hä? Noch mehr Ende? Ah. Okay. Ist jetzt nicht so schwer zu merken. Wir müssen hier, müssen wir nach links. Äh. Ah. Gute Nacht. Äh. So, weiter. Hier bin ich hergekommen. Okay. Ja, okay. Die respawnen wirklich die Typen. Äh. Waaah. Hast du gleich eine Freundin mitgebracht? Uh. Bist du doof? Okay. Stimme mal. Aber Munition kriegt man hier aber auch ordentlich, ne? Kann das sein? Äh. Hier geht es doch auch rein. Oder? Da ist der Speichelpunkt. Speichelpunkt. Da ist der Speichelpunkt. Okay. 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 Äh. Wie viel Muni habe ich eigentlich noch? Oh. Nur noch 17. Dann wechsel ich mal auf eine andere Knarre. Und. Hier ist das Handy. So. Einmal speichern. Und. Okay.